Eine Nasenkorrektor ohne OP für ein perfektes Ergebnis hier von einer bekannten Social Media Angehörigen. Man sieht hier die Unterspritzung und dann auch gleich das Ergebnis, wie perfekt das am Ende durchgeführt wird. Wenn die Hyaluronsäure in der richtigen Schicht, in der richtigen Menge, in der richtigen Dosierung auch angewandt wird, kann man so ein schönes Ergebnis dann erwarten. Und wenn ich jetzt nochmal mit der Hand einmal durchgehe, dann sieht man auch, wie fein das Ganze geworden ist.